Direkt SPI, direkt und pull? Ja, 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 pull, Kampfhaush, direkt und pull 5...4...3...2...1... Was? Da ist der erste Halo, da ist der erste Halo? Achja, das macht sie auch. Wollen wir bei 5 spotten? Machen wir Muss dann noch rechtzeitig abhauen Hat jemand nen Buff? Ich hab keinen Buff Der D-Buff hält nicht lang Ach so Dann müssen Leute zwischen in die Linie Ich mach das mal mit Eisblatt Dann sag das früher wieder Ich hoffe mal die Reichweite ist okay Wir können 5 nehmen Achtung, sie castet Ein Core wieder, genau Also wenn ich das nochmal krieg, nehm ich wieder Block Warte, ich hab den Acker Warte, ich hab den Acker Sag dann einfach an Ich blocke oder so Das macht am meisten Sinn Ja nee, wir können auch zur Not mehr nehmen Bei 5 hat es das gar nicht so gemacht Okay, er blockt, er blockt, er blockt Wenn ihr den Boss so nen Hauch bewegt Er teleportiert ist es der zweite Pillar gleich an Die Momana Teil steht bei mir Oh Bin da wieder Shield, Damage, Damage, Damage Das Shield muss weg, wir haben nur 65 gekonnt Wie den Teil steht Perfekt befängt Vorsicht Es kommt Halos kommt Also das Shield ist auch, ne das ist gut zu wissen Der erste Halo kommt Gleich Neuer Core, genau Halo kommt Wenn ihr den schnell nehmt, könnt ihr den anderen auch relativ schnell nehmen Der Deber fällt, 5 Sekunden Wächst, oder? Tank ist tot, können wir Tank wieder retten LR of Tank Komm Ich mach ja Seif mal Ich mach ja Seif mal P.I. Willst du Boss nehmen? Oh Mann 866 wird ein bisschen harte Können wir den Boss Ja Es musste auf jeden Fall ein bisschen weg, der Boss Oh mein Was Achtung Ihr seht, welche Welle zuerst kommt an so kleinen schwarzen Kugeln, die fliegen nach Genau, die fliegen da drauf Wie die am schnellsten ist, da kommt die erste hin Barrier, Barrier Ich mach ja Himmel Sorry Okay, ne, ich hab's ja doch nicht gemacht Die Halos kommen, links, der Linke kommt als erstes Neuer Core B.I. 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 Haben wir noch ein belleres? Nein Nein Es sind 2 Minuten B.I. 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 Oooo Jetzt ich der Verziale Ab jetzt kommt dann gleich 3 Halos Waaa Vorsicht Damage kommt Oh Okay In die Schildphase, In die Schildphase In die Schildphase Das Schild muss schnell weg die macht sonst Hölle viel Raid Damage Wir machen Was haben wir zum Beispiel Ich ist zwei DPS tot Waaaas Ich hab Boule단 Das Hammer, das Hammer Ich schaffte First try GG Boss töten, Boss töten Believe, töte den scheiß Boss Tötet Boss Nice, okay Nice Abelie Wacken Snip Oh, was hat sie? Dropped hier, dropped hier Loot irgendwo auch oder wie ist das? Muss man das anmachen?